hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft wir nehmen genau heute auch wo diese folge raus und ich habe gar keine minecraft musik angemacht ist das jetzt schlimm ja warte ich mache das eben noch so da sind wir auch schon wieder jetzt ist die musik an ist so kahl also leise hast du ich dachte du hast dir schon rausgeholt das essen das war ja noch im brot drin gehabt so kleine neuerung wir sind gerade zusammen in einem haus ja also nicht wundern wenn ich ihren kater wenn ihr ihren kater doppelt über mein laut über fabi's mikrofon ich sitze nicht beim fabi im zimmer wie sie sich freut genau wir haben uns überlegt dass es eine ziemlich gute idee ist irgendwo anders noch mal so ziemlich neu anzufangen und wollen deswegen jetzt ein neta portal irgendwo hin bauen und ich weiß jetzt noch nicht wo also entweder wir wir machen hier so einen gang und bauen dann hier drunter neta portal oder hinten wo wir das andere schon hatten also ich nehme mal ein paar spitze wir haben ja hier unter eh schon eine höhle ist ja dann schon ausgehoben ja das ist ja dann langweilig wollen wir doch noch die fünf folgen zusammen bekommen ach jetzt habe ich mir gar nicht den timer gestellt ich habe mir gar nicht so ich habe ihr müsst wissen ich habe jetzt gerade den shader drin und keine mini map und das sieht ja so geil aus hier du hast nur spitzhacken für dich gebaut ich habe wieder drin waren genommen weil ich dachte du hättest noch welche ich habe nur eine okay dann kannst du doch mal kurz welche bauen und ich gucke mal wie wäre es wenn wir einfach nicht in unsere komische höhle selbst ausgegrabene höhle gehen und dann noch ein bisschen tiefer rein ja aber das ist so riesig da drin wäre jetzt ein vorschlag gewesen wir können ja auch auf dem berg irgendwie unter dem turm da ist auch noch so dem die jungs katze die jungs haben da noch so einen raum gebaut okay vielleicht können wir das da rein bauen aber ich weiß nicht ich gehe einmal gucken du bist ja noch am ausrüsten ja ich war nicht so frech und habe mich schon vorher ausgerüstet ja weil sie sonst immer so lang gebraucht warum haben wir keine main cards hier drin also ich habe eins in meinem inventar ich habe kein zimmer im inventar dann müssen wir schon ein paar mit dem und wir müssen mal unsere gäste noch mal abgrasen das können gerade mit einer mit dem eintritt einem einzigen schlag mit einer schaufel eine kuh erlegt okay also außen ich verzauber mir noch mal alles habe ja noch 20 level es sind auch irgendwie hier keine main cards nicht in der sonstiges nein eine zeugkiste ist kein main card na gut dann gehe ich halt zu fuß bau dir doch eben eins wie war das einmal baut man wie ein boot noch ja nur aus metall 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 silber bronze ne was halten wir noch marmor stein ein und eisenbericht groß wird nacht senorita und hier ist nur ein bett na gut dann gehen wir mal eben schnell wo vielleicht auch jetzt ruckelig vielleicht können wir da ja irgendwie schlafen ich tue mal so zwischendurch einfach leuchtet ja hauptsache du willst vor mir fahren ich hau dir dein main card kaputt nein ich bin im wasser ich komme nicht raus doch ich bin draußen aber ich brenne noch aufzubrennen kata lass mich nein ich habe nur noch zwei herzen jetzt habe ich nur noch eins ein halbes und jetzt es tut mir leid das war so nicht geplant ich hasse dich man ja toll jetzt muss ich hier durch die nacht rennen ohne ausrüstung es tut mir leid das war so nicht geplant dass ich gerade meine ganzen level verplempert habe hoffentlich bleibt noch was übrig davon ach komm du wolltest mir auch meine sachen kaputt gar nicht hast du gesagt ich habe es gesagt aber ich habe es nicht getan hast du hast du jetzt wieder alles eingesammelt nein da war nichts mehr du kriegst es von mir da liegt da liegt noch was ich weiß dass da was lag eben lag da nichts er ist unter dem glas weil ich unter dem glas gefallen bin da lag doch gerade was ich habe sagt mann leckt mich doch alle am arsch ihr dummen hurenfotzen so füllt sie da durch das glas und ich so öhm sorry ja geh weg lass mich in ruhe ich baue mir jetzt mein das zeug wieder zusammen bis jetzt aus dem let's play verband schütt mal ein diamanten war das gar keine mit doch und warum weil ich einen diamanten helm anhatte ach so ja ich traume jetzt eine diamant rüstung so das darfst du wir haben ja so viele eigentlich noch habe ich mir hauptsache die zwei stecks kartoffeln die ich mit hatte sind weg machst du zwei stecks kartoffeln mit ja aber ich dachte dann muss ich nicht so oft hin und her rennen ich habe 36 fleisch hallo katze ist wieder durch diesen tun es tut mir leid ich konnte nicht ahnen dass du das so durchfällt so ein bug ist kein bug das ist ein bug wenn es da nicht durchfallen dürfen wir alles neu machen mein schönes schwert warum jetzt diamantschwert es tut uns leid leute wir haben hier noch obsidian sechs stück hast du der nox sagte man kann jetzt auch portal in jeder beliebigen größe bauen also hauptsache ist so ein rechteck ich habe die katze bist du rollig oder warum rollst du hier so rum die bäume überhaupt gar nicht wachsen toll in den ganzen verzauberten sachen was für eine verschwendung müssen wir wieder in den dings gehen eine höhle naja ich weiß ich weiß ja nicht wie viel obsidian wir es wirklich brauchen muss ich auch nicht oder eisengrohle missionen irgendwie ist jetzt komplett hier könnte man richtig kundenportalen bauen also leider noch drei stunden dauern weil ich es tut mir leid zwar wirklich nicht beabsichtigt aus uns weisen kann ich die kiste nicht mehr aufmachen wir haben noch ein paar ich habe noch mal geguckt wir sind ja am freitag auf der gamescon haben da noch ein Hundes hat er für meinen hund gesucht weil der nicht alleine sein kann weil er meine katze immer mobbt er will immer mit ihm spielen aber vergisst dass es eine katze ist und kein hund ja und der jess ist da nicht so ganz angetan von wobei sie auch schon zusammen gelegen haben ein bisschen abstand aber sie haben zusammen gelegen ich bin mir nicht sicher ob ich noch was anderes mit hatte ich überlege gerade ob wir das portal nicht so in die wand einbauen sollen wäre irgendwie cool dass wir was wir auch machen könnten oh wir müssen die am anspielsacke mitnehmen weißt was wir auch machen könnten wir könnten es ganz oben an in der spitze des turms könnten wir so ein portal machen das können natürlich auch machen soja und wir haben jetzt einen termin ausgemacht mit nox und wie wer ihr werdet zur folge 300 auf jeden fall ein wenig sehen ja es hat ein läschung wo ist eigentlich unsere diamantspitzhacke wir hatten doch mal eine ja wir hatten noch eine scheiß gäste liebe gäste wenn ihr da seid dann packt bitte bevor ihr aufhört eure sachen ich hätte mich gleich bei denen rein und dann hole ich mir das einfach weil es ist nämlich für uns immer ein bisschen scheiße wenn wir die sachen dann dringend brauchen auch wenn es selten ist dann ist sie da und sich jedes mal was neues kraft ist von arsch und diamants sachen bitte drin lasst es sei denn wir sagen nehmt euch das nehmt und porten kannst du dich nicht oder doch aber warum sollte ich ich habe übrigens vergessen den timer zu stellen hatte ich dir vorhin gesagt aber ich glaube da hast du mir nicht zugehört habe ich auch nicht dann habe ich dich gebeten dass du den anmachst aber hab ich dich nicht gehört so wie lange spielen ach zudem machen wir ein bisschen länger ja machen wir jetzt eine stunde 15 und dann haben wir jetzt halt schon ein bisschen pluszeit also ein bisschen länger ich stelle uns einfach mal den wecker und wenn er dann klingelt ist ihr bescheid ja so wir haben jetzt zwölf dann sind 13 30 speichern so wecker ist gestellt liegt auch direkt neben dem mikro ihr wisst bescheid also wie krass das mit dem fackeln gerade aussieht durch den shader so neuanfang wäre auch wirklich mal angebracht also ich hätte auch lust drauf ja ich hoffe ihr auch ja und wir können ja immer noch zurückkehren falls wir was uns doch anders überlegen eben fackeln habe ich nicht mitgebracht max mir noch wenn du noch nicht auf dem weg bin schon oben ja dann ist es wurscht ich habe auch fackeln mit sehr schön so die ganzen tännchen müssen noch ein bisschen wachsen hier ich bin jetzt hoffentlich bald hübsch aus leider gibt es nicht so in die kuhle ist aber nicht so schlimm tut mir leid das war echt keine absicht jaja das würde ich jetzt auch sagen ich hätte nicht gedacht dass er da durchfällt ich glaube den hund haben wir die letzten tage ein bisschen über anstrengt das sieht so müde aus du bist du eigentlich heute was ihr unbedingt mal ich bin ganz oben auf dem turm also ich bin ganz unten jetzt ich hab mal in die kiste geguckt was die hier liegen hatten so Leute was ihr unbedingt einmal in eurem leben gemacht haben es ist eine maincoup flauschen das ist weich und es ist süß und es maut und es kann Milch sagen naja eigentlich maut es denn nur aber es klingt als wird er Milch sein Milch und vor allem ist cool du kommst in die Küche der Kater rennt dir hinterher und schminkt sich an deinem Bein und Aki freut sich zum Beispiel immer ganz doll wenn er Fabi sieht weil die beide doof sind oder aus dem Bad kommen fühlt sich erstmal prinzipiell gefreut und hochgewühlt also in den ganz 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 oberen wollten wir ja eh ein ich darf mich auf jeden Fall Freitag nicht schminken weil ich irgendwie das Gefühl habe wenn ich den Hund abgebe dass er so für die paar Stunden werde ich heulen ach Gott ja ich bin sensibel eigentlich eigentlich hoch vielleicht können wir es ja hier irgendwie ich weiß ja nicht wie es hier hinter aussieht mal gucken wir einmal hier so an der Ecke dass man die Ecken vielleicht noch raus machen kann dass man das dann hier so rein macht dann versuchen wir es einfach mal aber die Ecken würde ich rauslassen weil das ist Obsidianverschwendung ja ich würde das ja dann hier so in dem Boden machen so ein bisschen sieht man zwar unten aber ist ja egal so achso das sieht man gar nicht unten praktisch hol dann bauen wir das hier hin dann müssen wir jetzt Obsidian holen also wir haben sechs Stück oder so haben wir noch im äh huch huch nichts